Und wenn wir mit österreichischem Know-how solche Anlagen jetzt auf den Boden bringen, dann zeigen wir schon, wir sind ganz vorne dabei. Wir sind eine Nation, die in der Lage ist, technologische Prozesse umzusetzen, zu forschen. Und als Innovations- und Technologieminister freut mich das ganz besonders. Und wir müssen jetzt auch den Mut haben, in einer Pilotanlage das zu probieren. Neue Erfahrungen zusammen, hinzuschauen, den Forschern auch den Raum zu geben, weitere Erfahrungen zusammen. Vor allem, das tun wir hier, das ist ein bisschen riskant, aber nur, wenn man dieses Risiko eingeht, kann sich Neues entwickeln. Die Zielvorstellung ist, dass wir Energie erneuerbar nutzen können, viel stärker. Das schafft Unabhängigkeit für den österreichischen Standort. Das ist die eine Zielsetzung, das macht uns auch freier, stärkt uns innerhalb der Welt. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass wir unser Know-how, unsere Weltmarktführerschaft in erneuerbarer Energie noch stärken. Dass wir auch damit Arbeitsplätze in Österreich generieren können und unsere Produkte auch in die Welt verkaufen können. Auch das ist wichtig. Letztendlich geht es darum, dass wir umweltfreundlichere Energieformen haben. Das beginnt bei der klassischen Energie, geht bis hin zu den Themen der Mobilität. Wenn wir elektrische Energie oder Windenergie speichern können und das für Antriebe zum Beispiel des Autos verwenden können, dann ist das für alle Menschen gut und gut. Und in diese Forschung zu investieren, das macht mir Freude. Und ich halte das für eine ganz wichtige Aufgabe, die das Projekt vornimmt.